Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Parts in Sphere. Wir machen heute den Marvin und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, der Marvin. Machen wir erstmal den Namen. Ähm, machen wir mal die Stimme. Ein bisschen höher als der Cat. Der Marvin. Was kriegt der Marvin denn Wissen? Wenn Marvin immer so ein Hinzkopf ist. Der ist ein Computerfreak. Ähm, Marvin. Marvin ist kreativ. Marvin ist ein übelster Chaot. Und Marvin ist gesellig. So, gucken wir uns den Marvin mal genauer an. Ähm, auch wenn die Augenfarben und so teilweise nicht stimmen. Ich glaube, Marvin hat blaue Augen. Meine ich zumindest zu wissen. Bei Cat war ich mir jetzt echt nicht sicher. Also, Cat tut mir nochmal leid. Die hier geben wir Marvin, oder? So. Oder? Die, oder? Ja. So, da. Äh, alle. Warte. Nicht so nah ran, bitte. Der Marvin bekommt gar keinen Bart. Eigentlich so eine Schnute, sondern schon... Alter. Der Marvin hat keine braunen Haare, sondern blond. Ich glaube, Marvin hat auch so eine ähnliche Frisur, oder? Ich meine schon, ja. So, dann geht's mal hier. Ein bisschen kräftiger ist der Marvin schon noch. Zwar hier nicht so eine Bumpe, aber... schon so. So. Noch ein bisschen Bauchstrecken hier. So, so eine Wamper hat er ein bisschen schon. Dann ist er auf jeden Fall ein bisschen schmaler oben. So. Und da unten ist er auch nicht so breit. So würde ich sagen. Na, Marvin. Hm. Marvin zieht unheimlich gerne Hemden an. Daher bekommt der jetzt auch von mir ein Hemd. Weil er fast immer, wenn ich ihn sehe, ein Hemd an hat. Und ich glaube, das hier wird dem Marvin gut gefallen, weil er rot bei ist. Marvins Lieblingsfarbe ist nämlich rot. Jetzt sehen wir dem aber eine schwarze Hose auch an. Und um Gottes willen keine Jesus-Sonder ein. Tornschuh. So. So sieht das doch ganz gut aus. Gott, das können wir schon so lassen. Das sieht ganz okay aus. Ich mag das nicht. Also gerade dieses Festtagszeug... Alter, so siehst du auf jeden Fall sehr sportlich aus. Nicht. Warte mal, da gab es da auch so Sportanzüge, oder? Ach du Scheiße, richtig gammelig. Gammel! Oh Gott, deswegen guckt euch das mal an. Das ist ein richtiger Checker-Shit. Nee, dann erstell ich lieber selber was. Ich bin heute echt... Wo kommen diese Socken, ey? Hier oder was? Hallo Socken, geht ihr mal bitte weg. Sehr schön. So. Um Himmlers Willen. Nein. Die Männer kriegen hier mit Absicht alle eine Schlafhose. Der Marvin kriegt da mal so Sanday hinter alle. Haha. So, dann gucken wir mal nach dem Party-Outfit. Gibt's denn hier so? Gibt's denn hier so? Ja, dann müssen wir nur noch die Schuhe ein bisschen abändern. Zu so ordentlichen Schuhen hier. Oh ne, da hat er Hochwasser drin. Das geht ja mal gar nicht. Mal so geht's. So sieht das doch ordentlich aus. Guck mal. Oh Gott. Bitte. Nur ne Schwarz. Ne, die hat Kett schon. Dann nehmen wir die Blaue bei Marvin. So. Dann wäre der Marvin auch geschafft. Ähm. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ja. Tschüss.